Gott heilt Ephraim Lessing Nathan der Weise Erster Aufzug Zweiter Auftritt Rächer und die Vorigen So seid ihr doch ganz und gar, mein Vater, ich glaubt, ihr hättet eure Stimme nur vorausgeschickt. Wo bleibt ihr? Was für Berge, für Wüsten, was für Ströme trennten uns denn noch? Ihr atmet Wand an Wand mit mir und eilt nicht eure Rächer zum Arm. Die arme Rächer, die indes verbrannte, fast, fast verbrannte, fast nur, schaudert nicht. Es ist ein garstiger Tod, verbrennen, oh, mein Kind, mein liebes Kind. Ihr musstet über den Euphrat, Tigris, Jordan über, wer weiß was für Wasser all. Wie oft hab ich um euch gezittert, ehe das Feuer mir so nahe kam. Denn seit das Feuer mir so nahe kam, düngt mich im Wassersterben Erquickung, Labsal Rettung. Doch ihr seid ja nicht ertrunken. Ich, ich bin ja nicht verbrannt. Wie wollen wir uns freuen und Gott, Gott loben. Er, er trug euch den Nachen auf Flügeln seiner unsichtbaren Engel, die ungetreuen Ströme hinüber. Er, er winkte meinem Engel, dass er sichtbar auf seinem weißen Fittiche mich durch das Feuer trüge. Weißem Fittiche? Naja, der weiße, vorgespreizte Mantel des Tempelherrn. Er, sichtbar, sichtbar mich durchs Feuer trüg, von seinen Fittichen umweht. Ich also, ich hab ein Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meinen Engel... Rächer, wer es wert, und wird an ihm nichts Schöneres sehen, als er an ihr. Wem schmeichelt ihr, mein Vater, wem? Dem Engel oder euch? Doch hätt auch nur ein Mensch, ein Mensch, wie die Natur sie täglich gewährt, dir diesen Dienste zeigt, er müsste für dich ein Engel sein, er müsst und würde. Nicht so ein Engel, nein, ein wirklicher. Er war gewiss ein wirklicher. Habt ihr, ihr selbst die Möglichkeit, dass Engel sind, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Ich lieb ihn ja. Und er liebt dich und tut für dich und deinesgleichen stündlich Wunder. Ja, hat sie schon von Ewigkeit für euch getan. Das höre ich gern. Wie? Weil es ganz natürlich, ganz alltäglich klinge, wenn dich ein eigentlicher Tempelherr gerettet hätte? Sollte es darum weniger ein Wunder sein? Der Wunder höchstes ist, dass uns die wahren, echten Wunder so alltäglich werden können, werden sollen. Ohne dieses allgemeine Wunder hätte ein Denkender wohl schwerlich Wunder je genannt, was Kindern bloß so heißen musste, die gaffend nur das Ungewöhnlichste, das Neuste nur verfolgen. Wollt ihr denn, ihr ohne dem schon überspanntes Hirn, durch solcherlei Subtilitäten ganz zersprengen? Lass mich, meiner Rächer, wäre es Wunders nicht genug, dass ein Mensch gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder erst retten müssen? Ja, kein kleines Wunder. Denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont, dass je ein Tempelherr von ihm verschont zu werden verlangt, gehofft, ihm je für seine Freiheit mehr als den Lederngurt geboten, der sein Eisen schleppt und höchstens seinen Dolch? Das schließt für mich, mein Vater. Darum eben war das kein Tempelherr, erschien es nur. Kommt kein gefangener Tempelherr je anders als zum gewissen Tode nach Jerusalem? Geht keiner in Jerusalem so frei umher, Wie hätte mich des Nachts freiwillig denn einer retten können? Sieh, wie sinnreich! Jetzt, Daya, nimm das Wort. Ich hab es ja von dir, dass er gefangen hergeschickt ist worden. Ohne Zweifel weißt du mehr. Nun ja, so sagt man freilich, doch man sagt zugleich, dass Saladin den Tempelherrn begnadigt, weil er seiner Brüder einem, den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da es viele zwanzig Jahre her, dass dieser Bruder nicht mehr lebt, er hieß, ich weiß nicht, wie, er blieb, ich weiß nicht, wo, so klingt das ja so gar, so gar unglaublich, dass an der ganzen Sache wohl nichts ist. Ei, Daya, warum wäre denn das so unglaublich? Doch wohl nicht, wie's wohl geschieht, um lieber etwas noch Unglaublicheres zu glauben. Warum hätte Saladin, der seinen Geschwister insgesamt so liebt, in jüngeren Jahren einen Bruder nicht noch ganz besonders lieben können? Pflegen sich zwei Gesichter nicht zu ähneln, ist ein alter Eindruck ein verlorener. Wirkt das Nämliche nicht mehr das Nämliche? Seit wenn? Wo steckt hier das Unglaubliche? Ei, freilich, weise Daya, wär's für dich kein Wunder mehr? Und deine Wunder nur bedürf? Verdienen, will ich sagen, glauben? Ihr spottet, weil du meiner spottest, doch auch so noch Rächer, bleibet deine Rettung ein Wunder, dem nur möglich, der die strengsten Entschlüsse, die unbändigsten Entwürfe der Könige sein Spiel, wenn nicht sein Spott, gern an den schwächsten Fäden lenkt. Mein Vater, mein Vater, wenn ich irre, ihr wisst, ich irre nicht gern. Vielmehr, du lässt dich gern belehren. Sieh, eine Stirn, so oder so gewölbt, der Rücken, eine Nase, so viel mehr als so geführet, Augenbrauen, die auf einem scharfen, stumpfen Knochen, so oder so sich schlängeln, eine Linie, ein Bug, ein Winkel, eine Falt, ein Mahl, ein Nichts auf eines wilden Europäers Gesicht, und du entkommst dem Feuer in Asien? Das wär kein Wunder, wundersüchtiges Volk? Warum bemüht ihr denn noch einen Engel? Was schadet's, Nathan, wenn ich sprechen darf, bei alledem von einem Engel lieber als einem Menschen sich gerettet denken? Fühlt man der ersten unbegreiflichen Ursache seiner Rettung nicht so viel näher? Stolz und nichts als Stolz, der Topf von Eisen will mit einer silbern Zange gern aus der Glut gehoben sein, um selbst ein Topf von Silber sich zu dünken? Pah! Und was es schadet, fragst du? Was es schadet? Was hilft es, dürfte ich nur hinwiederfragen? Und dein Sich-Gott-tum-so-viel-näher-Fühlen ist Unsinn oder Gotteslästerung? Allein es schadet, ja, es schadet allerdings. Kommt, hört mir zu, nicht wahr? Dem Wesen, das dich rettete, es sei ein Engel oder ein Mensch, dem möchtet ihr und du besonders gern wieder viel große Dienste tun, nicht wahr? Nun, einem Engel, was für Dienste, für große Dienste könnt ihr dem wohl tun? Ihr könnt ihm danken, zu ihm seufzen, beten, könnt in Entzückung über ihn zerschmelzen, könnt an dem Tage seiner Feier fasten, Almosen spenden, alles nichts, denn mich deucht immer, dass ihr selbst und euer Nächster hier weit mehr gewinnt als er. Er wird nicht fett durch euer Fasten, wird nicht reich durch euer Spenden, wird nicht herrlicher durch euer Entzücken, wird nicht mächtiger durch euer Vertrauen, nicht wahr? Allein ein Mensch. Eifreilich, hätte ein Mensch etwas für ihn zu tun, uns mehr Gelegenheit geschafft. Und Gott weiß, wie bereit wir dazu waren. Allein er wollte ja, bedurfte ja so völlig nichts, war in sich, mit sich so vergnügsam, als nur Engel sind, nur Engel sein können. Endlich, als er gar verschwand. Verschwand? Wie denn verschwand? Sich unter Palmen nicht ferner sehen ließ? Wie, oder habt ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht? Das nun wohl nicht. Nicht, da ja, nicht, da sie nun, was es schad, grausame Schwärmerinnen, wenn dieser Engel nun, nun, krank geworden, krank, krank, er wird doch nicht. Welch kalter Schauer befällt mich, da ja, meine Stirne sonst so warm fühl, ist auf einmal Eis. Er ist ein Franke, dieses Klimas ungewohnt, ist jung, der harten Arbeit seines Standes, des Hungerns, Wachens ungewohnt. Krank, krank, das wäre möglich, meint ja Nathan nur. Nun liegt er da, hat weder Freund noch Geld, sich Freunde zu besolden. Ah, mein Vater, liegt ohne Wartung, ohne Rat und Zusprach, ein Raub der Schmerzen und des Todes da. Wo, wo? Er, der für eine, die er nie gekannt, gesehen. Genug, es war ein Mensch, ins Feuer sich stürzte. Nathan schonet ihrer, der, was er rettete, nicht näher kennen, nicht weiter sehen mocht, um ihm den Dank zu sparen. Schonet ihrer, Nathan, weiter auch nicht zu sehen verlangt, es wäre denn, dass er zum zweiten Mal es retten sollte, denn genug ist ein Mensch. Hört auf und seht, der, der hat sterbend sich zu laben, nichts als das Bewusstsein dieser Tat. Hör auf, ihr tötet sie, und du hast ihn getötet, hättest so ihn töten können, Rächer, Rächer. Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt, kommt zu dir, ist auch wo nicht krank, nicht einmal krank. Gewiss, nicht tot, nicht krank. Gewiss, nicht tot, denn Gott lohnt Gutes hier getan, auch hier noch. Geh, begreifst du aber, wie viel andächtig schwärmen leichter, als gut handeln ist? Wie gern der schlaffste Mensch andächtig schwärmt, um nur, ist er zu Zeiten sich schon der Absicht deutlich nicht bewusst, um nur gut handeln nicht zu dürfen? Ah, mein Vater, lasst, lasst eure Rächer doch nie wieder allein, nicht wahr? Er kann auch wohl verreist nur sein. Geht, allerdings, ich sehe dort mustert mit neugiergem Blick ein Muselmann mir, die beladenen Kamele. Kennt ihr ihn? Ha, euer Dervisch, wer? Euer Dervisch, euer Schachgesell, Al-Hafi, das Al-Hafi, ist des Sultans Schatzmeister. Wie, Al-Hafi, träumst du wieder? Er ist's, wahrhaftig ist's, kommt auf uns zu, hinein mit euch geschwind, was werd ich hören? Okay, wir lesen, das Al-Hafi, bis les kalau dann videos une und durch die Kamele, Untertitelung des ZDF, 2020